Wenn es mal überhand nimmt, gibt es natürlich auch natürliche Mittel. Weil ich immer sage, Chemie gehört in keinem Garten. Und was kann man dann tun? Also die einfachste Möglichkeit, kennst du? Brennnessel? Brennnessel. Das heißt, ein Auszug aus Brennnessel. Hier ist Nesselgift dran. Das ist das, wenn du da drankommst, das piekt. Das kommt jetzt ins Wasser. Das heißt, 24 Stunden lassen wir das im Wasser ziehen. Dann geht das Nesselgift ins Wasser. Dann besprühen wir unsere Pflanzen damit. Und das mögen die Blattläuse nicht. Wie lange dauert es, bis sie dann tatsächlich wechseln? Also die gehen eigentlich relativ schnell weg. Und wenn die wiederkommen, spritze ich nochmal. Und wenn ich dieses ganze Zeug nicht aufbrauche, kann ich es stehen lassen. Dann vergärt es diese Brennnessel und dann ist es noch ein toller Dünger. Also das wäre eine Möglichkeit. Und dieses Besprühen kann ich auch mehrmals machen? Genau, da passiert überhaupt nichts.